Berlin-Verbatsch-Bescheide, ihr könnt euch nicht hören! Wir können nicht von ihr nach Berlin. Und jetzt haben wir eine gute Erinnerung an Berlin. Wir hoffen, dass es heute Abend so bleibt. Jungs und Mädels und alles, was dazwischen ist. Das war uns zu leise. Deswegen versuchen wir das jetzt noch mal. Können wir es später noch probieren. Dann lasst ihr uns ein Schlagzeug an nackt für das Publikum laufen. Das wollt ihr nicht sehen. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020